Hi, Gute Willkommen! Eigentlich wollte ich heute den Countern aufklären, was es damit auf sich hatte. Leider habe ich es nicht geschafft. Nein, heute auf den Tag genau habe ich mit Let's Plays angefangen. Das wäre mein 7 Jahre Special geworden. Das ist ein Infovideo, eigentlich nur um zu erklären, dass das Special auch kommt. Ich war ja nie pünktlich mit diesen Specials, das wisst ihr ja aus den vergangenen Jahren. Allerdings habe ich dieses Mal rechtzeitig angefangen und jetzt ist es umgekehrt herum passiert. Mir ist einfach beim Rendern das Programm abgeschmiert, deswegen muss ich nochmal einiges neu machen. Das Special wird ein riesiges gesammeltes Best-of der letzten 7 Jahre. Ich habe so viel Archivmaterial durchgegangen, habe so viele Sachen auch gefunden, die ich schon in Vergessenheit geraten glaubte. Ich denke, es wird in den nächsten paar Tagen kommen. Ich werde mich jetzt dahinter knien. Es ist sehr zeitaufwendig, ich muss jetzt wirklich alles nochmal neu machen, ich bin gerade bei dem Jahr 2015. Also ich hoffe, ich habe es bald. Als kleines Drohsplasse gebe ich euch einfach mal einen Ausschnitt von Sachen, die so vollkommen werden, hier gleich im Anschluss. Ansonsten, das eigentliche Special kommt noch, ihr könnt also da noch warten, wenn ihr unbedingt mit euren Glückwünschen mich überhäufen wollt. Hoho, ich bin zu Fame. Nein. Auf jeden Fall, jetzt im Anschluss. Viel Spaß mit deinem paar kleinen Clips. Weißt du's? Ich muss wirklich, ja, sonomieren und, ähm, hier. Dein fetten Nacken in seinen kleinen Anus reinpressen, bis er schweibend nach Mama jault. Das ist der Affenkäfing. Affenkäfing ist eigentlich ein Synonym in der zoologischen Fachsprache für Affen-Anus. Ich habe gerade etwas wenig geahnt, aber du musst dich meinen Sauerstoffhaushalt ausgleichen. Ich könnte jetzt den Gleitspruch wieder wie vorhin, Brigid, das liegt alles nur daran, dass du kalte Eier hast. Du stehst direkt, warte mal, hallo, ich bin hinter dir. Halt, an. Also bei mir ist das grau. Hier, steig ein, steig ein. Sag mal. Steig ein. Jetzt ist aber ein. Eingehender Anruf. Jetzt sag mal, ich verfick nochmal, wenn ich reinkomme. Ich will euch die Fressen-Familie geben. Boah, du bist so ein Stigabreiner, ehrlich. Ach, jetzt essgümeer. Äh, der erstickt uns gleich hier weg, glaube ich. Alter, ich schwöre, wenn ich den hier abgesch... Einer meiner... Ja, ich möchte jetzt...